Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Mittelerde-Schatten des Krieges. Übrigens, unsere Rüstung sieht mittlerweile viel schöner aus. Die ist nicht mal so zerfleddert. Also das mag ich tatsächlich an dem Spiel. Dass sich das verbessert. Wir sind heute mit der Eroberung dran. Wir gucken, wen wir alles mitnehmen. Also, der erste, den ich eigentlich dabei haben wollte, ist Lorm. Bei dem ist es schon okay. Ist schon okay, ist schon okay. Jetzt brauchen wir noch einen. Also, ein paar Leute können wir nicht mitnehmen, die nicht. Lorm ist dabei. Ihn können wir mitnehmen. Wir haben fünf Leute. Wer fehlt? Ronk ist dabei. Der Verfluchte ist dabei. Der Entflammende ist dabei. Da fehlt doch noch einer. Der Meisterschütze? Ja. Und Prag ist auch dabei. Prag ist sogar der Anführer. Was nehmen wir mit? Ähm, die haben gute Tore. Wir nehmen... Olocal mit. Wir nehmen... Ähm... Wilde mit diesmal. Ähm... Wir nehmen Feurige mit. Kriegsgrau. Einen wilden Dach nehmen wir nicht mit. Aber wir nehmen einen Kriegsgrau mit. Und wir nehmen... Fernbogenschützen mit. Das können wir leider noch nicht machen. Aber wir... Hauen jetzt mal richtig einen weg. Wir starten die Belagerung. Wir haben innen drinnen drei Leute noch platziert, ne? Die uns... Beim letzten Kampf helfen werden. Oh yeah. Die Rüstung sieht mittlerweile richtig geil aus. Nur Stufe 48. Ich bin so... Wie war der Kampf um Gashgore? Ihr habt es erobert, ich weiß. Aber um welchen Preis? Haben sie mit euch gespielt? Musstet ihr bluten? Ich hoffe nur, wir teilen mehr aus als sie. Wir zerstören nicht nur eure Armee. Wir reißen euch die Glieder raus. Und bauen daraus ein großes Denkmal. Für unseren heutigen Sieg. Dritten Plätze raus. Dieser Idiot weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Soll uns das Angst machen? Diese Feiglinge schleichen lieber im Schatten herum, als gegen uns zu kämpfen. Das ist wahr. Sehr schön. Ich würde mal sagen, ein Griff, Leute. Wir holen sie uns. Wundervoll. So muss es laufen. Irgendwo ist es gleich überall offen. Und wenn nicht, breche ich jetzt rein. Hey, Kumpel. Nein, so nicht. Da. Kommt rein, Jungs. Wir greifen das vorher weg. So. Oh, irgendwas greift uns hier schon an, was richtig wehtut. Oh. Oh. Oh, danke. Vorsicht. Abfahrt. Unser Punkt. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin bei B. Bombsport B. Ich geh mich mit... Counter-Strike kaum aus. Von daher. Oh, sehr schön. Danke für den Schlag. Sorry. Aua. Ich könnte wir Elvenrigg einladen, okay? Okay. Da. Hast du einen Trip. Und wir sind durch. Abfahrt, Leute. Los geht's. Wir hören uns den letzten. Und zack. Sehr schön. Aua. So. Da tut sie jetzt mal richtig weh, Alter. Aua. Zwei Treffer. Zwei Tote. Unser Punkt. Dinge, äh, dringe in den... Nicht Dinge, sondern dringe in den Wehrturm ein. Und wie Bock ich drauf habe, endlich die letzte Festung zu haben. Eigentlich die vorletzte, weil Minas Morgul noch dazu gehört. Alter, das sieht so cool aus, oder? Sag mal. Stehen unsere Leute? Ich freu mich. Ich hoffe, keiner betrayt uns. Hey, Kumpel. Jetzt gibt's Tote. Du verstirbst in den langen Schatten dieser Mauern. Und meine Hübschen nagen dir dann das Fleisch von den Knochen. Wir gucken mal, wie das sein wird. Diggerchen. Kleines Heslon. Na, komm, 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 komm. Verrät den Oberherrn. Verrät den Oberherrn. Und sollte auch den Oberherrn verraten. Ah, er ist ja beschusssicher. Ha, 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 ha. Oh, fuck. Natürlich bin ich jetzt erstes vergiftet worden. Oh, ja. Scheiße, sperrt rüber. Oh, Mist. Aua. Er ist erzürnt schon mal. Ich muss ihm mal helfen. Ey, guck mal. Wir kümmern uns schnell um dich. Und du bist nicht mal frostsicher, Junge. Da, er wird noch mal wieder kommen. Ganz sicher. Ah, doch nicht. Wir kriegen ihn einfach. Ja, aber sie ist treulos. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch noch mal merken. Oh, wir haben wieder einen Dagger bekommen. Ich bin gespannt. Da wären wir. Der letzten Festung. Dieser Sieg ist unser. Feiert ihn. Sauron duckt sich vor uns. Wir haben seine Festungen zu unseren gemacht. Jetzt stehen wir vor einem Scheidepunkt der Geschichte. Nur noch eine Eroberung verbleibt. Und Mordor gehört uns. Abwart. Unser Reich ist fertig. Juhu. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch die Nachbarstadt quasi. Ich befördere ihn selbstverständlich. Zum Oberherrn. Wunderschön. Mystiker-Stamm. Sieht schön aus. Passt. Zwei Leute wurden direkt mitbefördert. So muss das laufen. Nicht anders. Schießt noch Leute umher. So. Jetzt gucken wir einmal noch mal nach dem Dagger, den wir bekommen haben. Ein Mystiker-Stamm. Ne, oder? Die Filz deines. Möd-Giftschaden bei Feinden. Zorngewinnung nach einer Schleichtöte. Wir sollten grundsätzlich gucken, was wir uns nehmen. Wir haben sogar zweimal. Einmal hier und einmal hier. Seht ihr den Unterschied? Das ist der... Das ist Stufe 1. Das ist Stufe... 2, 3. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ähm... Rittischer-Schaden. Ja, wobei der gefällt mir sogar mehr. Ähm... Brauchen wir dann noch einen. Den bräuchte ich auch noch eine Verbesserung. Der gefällt mir eigentlich schon. Wegen dem Werfen. Generell würde ich so gerne ein bisschen mehr Sets haben. Auch hier zum Beispiel... Irgendwas, was wirklich... Jeder... Verursacht eine Explosion. Das ist halt so... Pfff... Ist ein bisschen over, finde ich. Na, komm. Wir werden schon was finden. Bedeutet für uns... Wir haben... Neue Missionen. Wir gehen auf... Nicht Missionen, sondern wir gehen auf... M. Wir gehen dann auf Aufträge. Okay. Wir haben jetzt hier nach Gorgoroth. Wir müssen tatsächlich nach Gorgoroth? Warum müssen wir nach Gorgoroth? Ähm... Deine Armee ist versammelt. Mordo ist zum Greifen nah. Nach diesem Kampf wird es keine Wiederkehr mehr geben. Das heißt, wir sind schon dem Ende nah. Scheiße. Das ging ja schnell. Das Spiel ging echt schnell. Also für mich tatsächlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man hat viel zu wenig gemacht. Aber irgendwie haben wir sehr viel gemacht. Würde das Spiel schon etwas ausgereizt haben. Wo fängt denn die Mission jetzt an? Reise nach Gorgoroth. Ah, hier ganz hinten. Okay. Dann Schnellreise. Abfahrt. Perfekt. Da müssen wir einmal rum wahrscheinlich. Oder? Oder reicht das, wenn wir hier so... Sneaky peeker entlang... Geben hier. Hier passt. Alter, hier sind ja auch noch Sachen drauf. Cool gemacht eigentlich. Also was ist eigentlich... Das ist echt gut gemacht. Überall sind so kleine Sachen, wo man denkt... Okay, das ist irgendwie belebt. Oder ne? So... Ja. Können wir... Alter. Können wir einfach irgendwo runter, wo... Ich hätte einen anderen Weg nehmen sollen. Da geht's zu Saurons Turm jetzt. Oh, shitty, Alter. Kein Zurück mehr. Warnung. Du bist dabei, den letzten Kampf um die Vorherrschaft über Mordor anzutreten. Der helle Herrscher und die Welt selbst werden danach nie wieder dieselbe sein. Bevor du diesen Auftrag angehst, solltest du sicherstellen, dass du die Story-Aufträge von Eltariel, Bruce Karnon sowie Idril und Baranor erkundet hast. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir gemacht. Ich gucke zur Sicherheit noch einmal. Ihr wisst ja, wie es ist. Genau. Das ist der letzte Eltariel. Das ist hier ein Gorgorod. Ja. Abfahrt, würde ich sagen. Ähm. Ähm. Ich möchte den Auftrag annehmen. Danke. Okay. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Akt 3. Schatten und Flamme. Ich habe keine Ahnung mehr, wie wird das weitere Vorgehen jetzt. Das ist dein Schicksal. Das ist dein Schicksal. Wir bringen den Krieg zu Ihnen. Ich bin 15 Jahre alt. sich bereit, uns allesamt zu vernichten. Doch wir werden nicht in seinem Bann sterben. Wir sind keine Diener des dunklen Herrn. Wir ziehen Wacker in die Schlacht und machen dieses Land zu unserem. Ihr kämpft für Mordor. Ihr kämpft für den hellen Herrscher. Los geht's. Jetzt ist es soweit. Wir töten Sauron. Eins, zwei, einmal abstoppen. Oh, den habe ich ein bisschen heiß gemacht. Und der andere sagt man, du stinkersauer oder was? Oh. Unsere Leute sind hier. Abfahrt. Daneben. Wrong? Äh, wrong? Nein, wrong. Weißt du was? Wir rekrutieren ihn nicht. Jetzt gehst du nicht. Du. Er hat einen eisernen Willen. Okay, dann töten wir sie alle. Okay, komm her, komm her. Jetzt bist du hinüber. Da habe ich wohl den Mund zu voll genommen. Und da haben wir dich. Einmal durch den Kopf. Schüsken. Der hat sogar einen Händeabdruck von uns. Oh. Tja, die können doch kämpfen. Ich würde mich nicht beklagen. Hey, gucke. Au. Nochmal. Und wir sind sogar noch ein Level abgegangen. Krass. Ja, sag los, Kumpel. Wir marschieren. No, no. Das wird lustig. Beenden wir es. Ein für allemal. Gib dein Bestes. Nur keine Hemmungen. Kann ich den... Ich lasse ihn mal richtig schön erzürnen. Au. Du bist nicht nett. Du hast Aura wütend gemacht. Das ist der Anfang. Jetzt hündig Verletzungen. Ei, 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 ei. Der hat so einige Sachen, die ich nicht mag. Aber er hat einen Weichschädel. Okay. Ich würde den... Aua. Na gut. Guck mal was du. Danke. Okay. Habt ihr den? Ah, Weichschädel. Ich stoße schon. Kümmere du dich um die Orks. Okay. Sehr schön. Moment, Moment. Mein Kumpel hat noch letzte Worte. Bess. Oh, der war gut. Na gut. Wo waren wir? Bess. Ah, ja stimmt. Du, musst doch sterben. Ganz einfach. Du musst aber auch nur random... Stopp. Jetzt geht es nicht los. Der Schädelsammler. Na gut, okay. Ich glaube sein Kumpel oben auf dem Helm wollte man sowas sagen. oder was er mir hinbekommen hat. Jemand von uns gestorben? Nein, wir gehen weiter. Äh, Brudi. Ich hab jetzt mal schön, Fabric. Oh, geil. Alter, ist das nicht... Ich hab nicht ewig Zeit, ihn zu töten. Ja, ja, ist ja gut, Kumpel. Oh, ja. Aua. Ich muss gucken. Alter, der... Dieser bekloppte Werfer da. Was? Im letzten Level keine Chance. Das ist doch ein Witz. Im letzten Level hat ein Typ einfach keine Chance. Also, die Fähigkeit keine Chance. Alter, ist das madig. Aha. Auf da. Wir probieren's noch einmal. So. So, ein paar tote Orks tun uns gut. Da kommt was rübergeworfen. Jetzt kommen die anderen. Den müssen wir tun. Darauf hab ich lange Zeit gewartet. Okay. Der eine ist ja schon gebrochen. Das ist ja schon mal ganz geil. Aua. Da ist der erste Tod. Das ist wichtig. Das ist der Spinnenmann. Ey, Kumpel. Wir hatten eine gute Zeit, du. Ja, 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 ja. Ich weiß. Doch alles schwindet mal ein Ende. Ja, ja. So gar dein Leid. Ja, ja, ja. Ja, Kumpel. Ich versteh dich schon. Für die Galaterin! Ja, du bist ja auch gefühlt Spider-Man. Sag, einmal lass dir das mal schmecken. Und er ist natürlich stinkesauer. Wann denn nicht? Es würde mich wundern, wenn er nicht sauer wäre. So. Jetzt haben wir dich aber. Da ist nur noch einer dann von denen. Ich war so kurz davor, mit den Spinnen eins zu werden. Kurz davor, eine von ihnen zu sein. Kumpel, lass es einfach. Lass es einfach mit diesen Spinnen sein. Das macht viel mehr Sinn, wenn du tot wirst. Ich hoffe, keiner von uns tritt irgendwie Bluten auf dem Boden. Gut, den haben wir aber ganz schnell erledigt. Oh, der ist jetzt auch immer so traurig. Sau und wütend machen ist schon keine schwere Kunst. Okay. Bam. Oh, hallo. Deine Zeit ist gekommen, Talion. Deine Taten haben dich hierher geführt. Wir sind einander in Bruderschaft verbunden. Dies ist das Schicksal von Königen und Menschen. Es wird nicht das meine Zeit. Ne, wird es auch nicht. Aber. Ja. Was? Aber das ist kein Ork. Und er erweckte mich in dieser Gestalt. Aua. Erstmal geblockt. Dann einmal Abfahrt. Aua. Okay. Blocking. Alter. Ich ziehe, du Junge. Deine Reise ist zu Ende, Elbemehrer. Es ist vollbrachend. Oh Gott. Wir müssen gucken, dass wir den irgendwie... Aua. Auch kriegen, ne? Ich sehe schon das Problem. Der dunkle Hörscher wird dich neu erschaffen. Das war das Problem. Unsere Leute sterben wahrscheinlich alle weg. Und. Alter, der holt sich einfach die ganzen Leute wieder. Ihr Kreaturen. Aua. Shit. Ich muss aufpassen. Seine Bewegungen sind natürlich ganz klar. Also eigentlich ist es ein Bewegungsmuster easy. Aber. Ich tue immer so, als ob es schwer wäre. Ich muss halt immer aufpassen. Na komm. Ah. Der macht seinen geilen Move da wieder. Oh shit, Alter. Du starbst und er erweckte dich. Du weißt es. Du weißt es. Aua. Aua. Ich muss jetzt... Jetzt muss ich vorsichtig sein. Jetzt kommen wieder Angriffe. Jetzt kann ich mir ein bisschen Leben wiederholen. Ich starb und er erweckte mich in dieser Gestalt. Was? Oh. Oh, shitty, Alter. Okay, wir holen uns gutes Leben wieder rein. Jetzt haben wir den aber. Jetzt sollten wir ihn haben. Jetzt sollten wir ihn haben. Ja, wir haben ihn. Jetzt erfahren wir was über Isildo. Letzte Schlacht. Am Schicksalsberg. Erkenn die Stelle. Und er taucht in die Welt raus. Ich bin der Herr des Rings. Oh, die ist. Deswegen wurde er getötet haben. Weil er den Ring verloren hat. Oder weil der Ring ihn nicht mehr wollte. Da ist er. Du wirst mir auf ewig dienen. Und so wurden sie geboren. Du bist mein. Das kann ich nicht zulassen. Isildur. Ich erlöse dich. Nein. Finde Frieden im Tod. Warum nein? Es oplag nicht dir, ihn zu erlösen. Und dir nicht, ihn zu versklaven. Er tat mehr als das. Ihr bracht Saurons Macht. Ihr habt ihn beherrscht. Und ich werde auch Sauron beherrschen. Seine Armee wird mir gehören. Wir sollen Sauron zerstören. Sauron kann nicht zerstört werden. Wir kämpfen und kämpfen, doch das Böse kehrt immer zurück. Talion, wir können es beenden. Mordor muss ins Licht. Zurückgeführt werden. Nicht in die Dunkelheit. Ich tausche nicht ein dunklen Herrn für den nächsten. Das ist nicht das Ende, für das ich gekämpft habe. Aber du kämpfst diesen Kampf nicht allein. Nein, tut er nicht. Es geht hier nicht um deine Rache. Oder um meine. Es geht darum, die Ordnung in Mordor wiederherzustellen. In ganz Mittelerde. Das Ende, für das du gekämpft hast. Du bist nur ein Gefäß. Und es gibt noch andere. Lady Galadriel schickte dich nicht ohne Grund. Gemeinsam können wir Sauron in die Knie zwingen. Wir beenden, was unser Volk begann. Vor so langer Zeit. Die Knie zwingt dich nicht ohne Grund. Unsere Opfer sind nicht umsonst. Das ist der einzige Weg. Das war irgendwie so... Klar, Celebrimbo wollte immer mehr machen. Immer mehr machen. Grundsätzlich. Wahnsinn, sauren Beherrschen zu mögen. Den dunklen Herrscher. Das ist Wahnsinn. Sieh dir deine Zukunft an. Ein heller Herrscher statt eines dunklen. Du armseliger Mann. Ich gab dir die Sicht und dennoch siehst du nicht. Du zeigtest mir ein Schicksal ohne Ausweg. Du irrst dich. Als du und Celebrimbo einen neuen Ring der Macht erschuf, sah ich, wo dein Pfad endet. Im Gefecht mit Sauron auf den Zinnen von Barad-Dur. Und du gewannst. Sauron wurde versklavt und der helle Herrscher trat an seine Stelle. Die Armeen Mordors marschierten unter seinem Banner. Und Mittelerde fiel ihm anheim. Das ist die Zukunft, gegen die ich kämpfte. Die du verhindert hast. Denn du sahst Celebrimbo als das, was er ist. Nein. Dein Krieg ist nicht vorüber, Talion. Ob nun ein heller oder dunkler Herrscher in Barad-Dur regiert. Das Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Oder ganz Mittelerde wird fallen. Minas Morgul? Ja. Von dort aus kannst du Mordor Einhalt gebieten. Weh. Der Ring ist fort. Ich fragte dich einst. Wie viel bist du bereit zu opfern? Öffne die Augen, Talion. Öffne die Augen. Die Welt muss im Gleichgewicht bleiben. Das ist der Punkt. Und Celebrimbo will alles umdrehen. Solange ich noch atmen kann, gehört mein Schicksal mir. Das ist das ganz, ganz, ganz große Problem. Celebrimbo will alles auf eine Seite schieben. Aber das heißt nicht, dass es dadurch besser wird. Wenn wir kein Gleichgewicht haben, haben wir verloren. Ein Überschuss bedeutet immer mehr Macht zu haben als etwas anderes. Und darauf folgt immer die Unterdrückung. Alter, das deckt ganz anders aus. Du musst völlig verrückt sein. Das ist Minas Morgul. Und du bist ein Mann. Ich bin einer. Doch wir sind viele. Ich bin Legion. Ich bin Legion. Ich zampalse dich. Erhobere Minas Morgul. Und wie gerne ich das mache. Und wie gerne ich das machen werde. Schade, dass man jetzt nicht irgendwie noch eine, noch ein, zwei neue Waffen dazu bekommt. Ähm. Tote Erwecken ist hier. Tote Erwecken ist so heftig. Und die können wir jetzt bannen oder was? Wo ist da hin? Wo ist der Nase-Ghul hin? Wo ist der Nase-Ghul hin? Wo ist der Nase-Ghul hin? Okay, der Nase-Ghul ist irgendwie weg. Ich glaube, ich habe ihn, kaputt gemacht. So. Hier rüber. Dann wird der nächste Nase-Ghul warten. Und unsere Unterstützung wird auch kommen. Was war das? Ich sehe den Waldläufer. Ah, Waldläufer. Jetzt sind wir... etwas ganz anderes. Hallo. Ey, Kumpel. Wenn ich... Wenn ich... Kann ich hier schon... Leute wiederbeleben? Da kommt halt die ganze Armee. So wie ich ein Gefühl habe, können wir sie nicht töten. Also, die kann man nicht töten, die Anhänger quasi. Dann würde ich... Aua. Sehr schön. So, Celebrimbor's Wing ist also weg. Er ist... Er hat keine Macht mehr über uns. Hey, guck mal. Du gehörst uns. Oh. Und sie stehen auch... Und... Ihr seid alle meine Leute. Und wir greifen... den nächsten Punkt ein. Es sind vier Punkte. Das kriegen wir aber schon hin. Tja. Am Anfang dachten alle... Es würde doch ganz anders ausgehen. Wir würden Sauron besiegen oder sonst was. Aber... Tatsache ist das nicht so einfach. Wir werden lange auf unsere Leute warten müssen. Wir müssen gucken, dass wir das... Recht gescheit auch hinbekommen mit dem Kampf. Ey. Hm. Na. Ey, komm mal. Oh ja. Ah, okay. Guck mal. Die sind schon still unterwegs. Warum muss ich gehorfen? Vielleicht... Hm. Verstehe deinen Punkt nicht. Na, ist gut. Ey, komm. Jetzt ist es ja... Aber jetzt habe ich ja auch ein Elbenlicht. Das ist kein Elbenlicht. Nein. 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 Du gehörst mir. Ah. Ich brauche... Macht. Das ist unser Punkt. Ach. Und wir wieder beleben dann plötzlich alle. Okay. Und... Weiter geht's. Genau so. Genau so. Ich glaube nicht, dass die Leute uns so mögen werden. Warte mal. Wir können die Kleve... Eine mächtiger Schwung haben wir? Was haben wir hier? Äh. Wieder... Ach. Oh. Jetzt haben wir ganz neue Fähigkeiten hier. Wiedergänger. Was war denn davor hier? Elbenlicht? Nee. Elbenlicht haben wir hier. Ähm. Ach. Ich weiß es nicht mehr. Jede Tötung bringt dir Zorn ein. Achso. Das war Elbenwut. Genau. Ähm. Zorn, wenn du drückst. Geisterhafte Gondoraner. Okay. Ähm. Was haben wir denn hier? Wiedergänger erhalten. Flammende Waffen. Begiftete Waffen. Flammende Waffen. Natürlich. Das macht natürlich einen... Riesenunterschied. Witzig. Äh. Komm. Äh. Komm. Oh ja, oh. So. Au. Yo. Ihr seid meins. Jetzt ticken wir hier ganz anders, Kumpel. Nein, 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 nein. Au. Das hat dreht. Erreiche die Oberstadt. Natürlich erreichen wir die Oberstadt. Da, wo wir nicht durch konnten, kommen wir jetzt durch. Ich verstehe. Wir sind einfach so harte Typis. Ich finde das übrigens geil. Man kann die Leute jetzt entweder auf die eigene Seite ziehen. Oder man kann sie einfach wiederbeleben. Das lässt einfach eine viel größere Armee dann am Ende... Ja. Aufkommen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Noch bin ich nicht von Dunkelheit erfüllt Und ich bin nicht euer Bruder Er trotzt ihn Er trotzt ihn tatsächlich Wow Alter, fängt ja geil an Boah, shit So Wow Na, das bringt Nicht zu viel Und hier nochmal, hier nochmal Komm her Oh, sowas würde ich aber auch gerne können So schöne So schöne, schnelle Schöne, schnelle Herbeizauberungen, sowas halt Oh, scheiße, das wird jetzt nicht lustig Jemand muss ihn ersetzen, was? Irgendwann Es wird jetzt nicht besser Ah, daneben kommt er Aua Blot hat er mich aber nicht Willst du wahrlich untot sein Ah Ah, ich hab ihn paar mal getroffen Der Pantel ist unter Der Pantel ist unter Niener Schmauersohl ist unter Bald bist auch du Unter Alter Gegen Ende wird er jetzt aber echt heftig Okay, irgendwann treibt er Ich bin das Netz Ich bin die Dunkelheit Ja, das hab ich schon verstanden, Kumpel Oh nein Der macht wieder Fetz Ja, wir müssen ihn aufsaugen Oh ja Daneben Daneben Jetzt haut er ab Schöner wär's Wenn ich den Danke Oh ja Das hat weh getan Eins Oh ja Und dann haben wir dich Jetzt haben wir dich aber In meine Seele Von meiner Seele bleibt nichts übrig Dann verbanne ich dich Minas Mokul ist mein Tadion dreht frei Tja Er ist nun bleibt Ein Ringgeist In irgendeiner Art und Weise Ah, jetzt erfahren wir was oben passiert Auf dem Turm Meine Güte Das Ende ist sehr sehr lang Dieses Endgame Quasi Und da ist der Dunkelherrscher Abfahrt Von nun an dienst du dem hellen Herrscher Ich glaube es bezweifelt er Ob im Körper von Elb oder Mensch Du bleibst doch derselbe Celebrimor Woow Ok, da müssen wir nochmal drüber nachdenken Jetzt hat's geklappt Wow Fast Jetzt Schütti Alter Mist Zu spät wieder Sehr schön Hab ich noch geschafft Au Alter Komm her Sauron Du wirst mich nicht mehr Du wirst mich nicht beherrschen Das ist echt Mühe Wo man springen kann Sehr schön Deine Taten werden sogar vergessen Deine Zeit ist abgelaufen Ich glaube nicht Ich glaube nicht, dass Sauron so viel Angst vor dir hat Altariel WTF Das ist glaube ich auch der Punkt Ich meine Warum sollte er sich auch beugen Wie gesagt Ich verstehe den Sinn dahinter nicht Aber wir bekommen hier kein Leben dazu Das macht den Kampf so schwer Oh fuck Okay Jetzt aber Es wird aber echt schwer Oh man Ich würde es wohl nicht packen Oh oh Er nimmt seine große Form an War klar Oh shit Den kann ich aber nur ausweichen Glaube ich Oh shit Oh shit Oh Au Eintreffer Ja gut Wir hatten auch nicht mehr Film Klopp Alter Du bist allein in der Dunkelheit Puh Gut, dass wir ausgewichen sind Beuge dich dem Licht, Galadriel Aha Das wird Sauron definitiv tun Gerade Gerade sauber Hat er irgendwas mit dem er werfen kann Ja Oh shit Gut, dass wir die, Alter Keine Elben geschossen mehr Okay Wow Glück im Unglück Okay Altariel ist natürlich auch stinkesauer Puh Schnell weg Man muss halt auch zugeben Man merkt halt noch immer Dass er ein Elb ist Boah Alter Oh 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 Altariel lässt ihn zurück Schwinden Okay Wir herrschen mit E Ich würd mal sagen Ich hab beim Allerersten Mal Glaub ich Dreiviermal gebrochen Oh fuck Sie kann dich nicht retten Niemand kann dich retten Alter, was ist jetzt los? Altariel Was ist jetzt los? Oh shit Oh shit Es ist unmöglich Den zu besiegen Hier wirst du fallen Das ist ja Alter, nein Nein Shit Das ist das Eklige Diese Scheiße Sorry Oh Er hat ihn natürlich getötet Oh, ist das schwer Dieses Level ist mega schwer Ja, also beim ersten Mal Wie gesagt Habe ich drei, vier Mal gebraucht Gut, glücklicherweise Geht das hier jetzt Wir haben auch nochmal Alle Chancen Nummer von null Weil man kämpft hier noch nicht mal mit Irgendwie Lebens Bekommen Mit irgendwie Leben zu bekommen Dafür was wohl machen Herzlichen Glückwunsch Jetzt aber Es wird ein Fehler sein Oh shit Natürlich nimmt Talion sich auch noch besser. Doch sein Krieg war noch lange nicht vorbei. Die größte Schlacht würde er gegen den Schatten in sich selbst und den Turm im Osten führen, um die Dunkelheit zu bannen und die Welt der Menschen zu bewahren. Jetzt wissen wir auch, woher Schatten des Krieges kommt. Wir befinden uns im Epilog Heidewitzka. Ich habe jetzt extra diesen Akt 3, weil ich wusste, dass er zusammenhängt ist. Den wollte ich unbedingt in einem Stück spielen. Das System bleibt einfach eine heftige Story. Ihr seht, was wir da alles bekommen haben. So, jetzt haben wir es. Die Schattenkriege. Der dunkle Waldläufer. Du hast den Hexenkönig besiegt und wurdest zum Herrscher von Minas Morgul. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Tote erwecken und Ringgeist. Wir sind jetzt ein Ringgeist. Neue Herausforderung freigeschaltet. Kampfgruppen von Minas Morgul schließe diese Herausforderung ab, um die Verbesserung unverwüstlicher Loyalität für die Fähigkeit Tote auferwecken freizuschalten. Neues legendäres Ausrüstungsset. Ringgeist Ausrüstung. Also, jetzt haben wir wahrscheinlich eine Ringgeist Ausrüstung. Mal schauen. Minas Morgul und die Festung von Mordo gehören dir. Festungen von Mordo gehören dir. Allerdings hat das flammende Auge über Barad-Ur dich fest im Blick und der Herr von Mordor schickt weiterhin starke Ochs, um dich zu belagern. Verbessere deine Festungen, erhöhe das Level deiner Gefolgsleute oder beherrsche die höherrangigen Eindringlinge und rekrutiere sie, um deine Armee zu verstärken. Halte Mordor in einem Zustand immer während des Konfliktes. Nur so können sich die freien Völker Mittelerdes auf den Ringkrieg folgen. So, natürlich findet die erste Belagerung schon statt. Urfael. Ah, jetzt haben die... Deswegen mussten wir sie die ganze Zeit behalten. Denn jetzt im Epilog sind unsere Sachen... Wir haben Helms, haben wir sogar bekommen. Ach, guck mal. Dienerrüstung. Wir werden gleich mal gucken, was das uns gewährt. Ich mein, das ist unser erstes vollständiges Set. Das darf man nicht vergessen, ne? Und Isildus Ring haben wir auch bekommen. Ich lass das kurz durchlaufen. Da unten rennt einer von unseren rum. Okay. Ähm... Jetzt gucken wir mal. Gefolgsleute für uns haben mehr Schaden. Radius für Tote erwecken. Boah, geil. Eisenwächter beschwören Wiedergänge. Was? Geil. Stellt 20 Gesundheit wieder, wenn ein untoter Gefolgsmann in der Nähe stirbt. Was haben wir denn hier? Tote erwecken lässt Feinde panisch davonlaufen. Geil. Neben 40% weniger Schaden. Ähm... 65% mehr Schaden sogar. Ähm... Das ist fast volle Stufe. Also uns fehlt noch ein bisschen. Weniger Schaden von Untoten. Schaden... Das... 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 Sau geil. Das haben wir hier. Helms Hammer. Aufgeladene Hammerwürfe. Hallenverbündete Untote. Ah, krass. Vier Elben geschossen, wenn ein Habmann benommen wird. Hammer aufgeladene... Würfe fügen Feinde beim Aufprallen zu. Das ist natürlich geil. Ähm... Durchschleuner getötete Fußsoldaten haben eine Chance. 44% als Verbündete wiederbelebt zu werden. Geil. Zorngewinne von 5, äh... Nach einer Schleichttötung. Gut. Kann man machen. Und das letzte Urfehl. Im Nachkampf getötete Fußsoldaten haben eine Chance von 20% als Verbündete wiederbelebt zu werden. 14% erhöhter Schaden, wenn deine Gesundheit voll ist. Ist auch natürlich geil. Und... Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, alles gewährt uns nur die 2 genau. Es ist... Es ist eine geile Ausrüstung. Und die bekommt man halt erst am Ende des Spiels. Wir sind eigentlich mit dem Spiel jetzt soweit durch. Komma. Aber ich weiß, es gibt noch ein weiteres Ende. Und das werde ich versuchen mit euch zu erreichen. Das ist alles andere als einfach. Ähm... Und es ist eigentlich eine ziemlich große Menge Grinden. Also, das ist so vielleicht der Nachteil. Also, ich möchte es aber trotzdem durchspielen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, dreimal jede Festung verteidigen. Irgendwie sowas war das. Und dann kommt das Ende. Wir werden es, wie gesagt, machen. Ich habe es nie gesehen. Ich möchte es jetzt sehen. Deswegen wird das jetzt nur ein bisschen Grinder-Runde sein. Also, die nächsten Folgen werden also Grind sein. Bis hierhin ist das Spiel soweit. Also... Das, was jetzt Grinding ist, hat mich damals massiv geärgert. Weil ich gesagt habe, ich will doch das Richtige ändern. Und ich will nicht sinnlos grinden. Sorry. Muss man halt ehrlich sagen. Das Einzige, was man machen muss, ist jetzt nur noch Festung verteidigen. Und vielleicht sogar noch zurückerobern. Ich weiß nicht, ob es im Sinne des Erfinders ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm... Oder was das auch aus... Was das eigentlich auch mit einem... Also, was das für Vorzüge hat. Ich weiß es nicht. Finde ich schade. Muss ich ehrlich zugeben. Auf der anderen Seite... Komm. Ähm... Äh... Wir werden das jetzt mal machen. Ähm... Ich habe einen Grund dazu. Und... Äh... Äh... Geschichte-Prestige. Äh... Erhält die Töne um 5% Zaun zurück. Okay. Das ist natürlich für mich neu. Ähm... Habe ich bisher noch nicht... Nie gehabt. Äh... Ringeist. Genau. Verfluchte Waffen gibt es noch und sowas, was sie freischalten können. Genau. Äh... Schatzsucher. Hier haben wir noch nichts. Genau. Todes-Troll. Äh... O-Lokals können wieder auferstehen. Bestien können wieder auferstehen. Oder... Du kannst Hauptmänner oder Hörringe, Orks, Gefolgs oder aufstehen lassen. Das ist so krass. Hier Geist-Prestige gibt es dann nochmal. Erhalte pro Tötung 2. Gesundheit zurück. Man kann das halt auch sehr hart potenzieren. Äh... Äh... Ein Fokus zurück. Ähm... Kritische Trefferchance. Oder halt hier. Macht wieder Herstellung. Das ist dazugekommen. Ähm... Die letzten kannte ich glaube ich noch nicht. Die sind neu dazugekommen. Ich glaube die wurden einfach fürs Endgame so ein bisschen mit konzipiert. Ähm... Wie gesagt... Alles geil. Passt schon. Ähm... Genau hier. Spinnenschwarm. Krankereinerung. Ähm... War noch irgendwas? Ne. Ne. Das war's. Wir haben nichts anderes dazubekommen. Sehr gut. Also hier merkt auch gerade, das geht bis 53 hoch. Sehr gut. Guti. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer nächsten Folge. Wir werden versuchen uns durchzuzocken bis zum eigentlichen Ende. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.